Sehr geehrte Damen und Herren, ich präsentiere heute eine Saftpresse in der High-End Ausführung. So, wir machen heute Granat, Apfel, Zitrone, Mandarinen. So, dafür schneiden wir die in der Mitte durch. So, dann setzen wir die hier auf. Zack, und dann einfach drücken. So, einmal. Wieder auf. Zack. Als nächstes machen wir das mit der Zitrone. Das ist eine Vitamin-C-Bombe. Zack. So. So, und dann kommen noch die Orangen. So, eins, zwei, drei, vier. So, jetzt kommen die Orangen. Alle rein, das war's. Olivenöl, Schuss rein, Schuss Honig und einmal Schwarz-Kimmelöl. So, two. Ich gehe, ich gehe.